Ich will mit Photopea ein Bild quadratisch zuschneiden. Mein Name ist Pirmin Lenherr. Ich habe das Bild hier bereits geöffnet. Mit Alt- und Mausrad kann ich die Ansicht ein bisschen vergrössern. Und nun geht es zum Zuschnitt. Hier haben wir Zuschneidwerkzeuge, das heisst hier Freisteller. Das ist nicht ganz korrekt übersetzt. Ich klicke hier drauf und wähle nun einen Ausschnitt, aber der ist ja noch nicht quadratisch. Wenn ich aber zur Auswahl noch die Shift-Taste drücke, dann wird der Ausschnitt sofort quadratisch. Ich kann die Größe bestimmen und selbstverständlich auch den Ausschnitt noch ein bisschen drehen. Etwa so, nach unten tragen. Und immer wenn ich natürlich die Größe überhaupt wieder verändern will, muss ich dazu die Shift-Taste drücken, damit das quadratisch bleibt. So, und Enter-Taste oder hier oben den Haken, dann wird der Zuschnitt ausgeführt. Das war's.